Das angekündigte Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung bei der Möbelkette Kikerleiner ist am Dienstag am Landesgericht St. Pölten eröffnet worden. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von zwei Jahren angeboten. Schlittert ein Unternehmen in die Insolvenz, springt in Österreich der öffentliche IEF ein und bezahlt für eine gewisse Zeit offene Löhne, Gehälter, Beendigungsansprüche und Abfertigungen. Man rechnet mit insgesamt rund 60 Millionen Euro, die der Insolvenz-Entgeltfonds aufgrund der Kikerleiner Insolvenz auszahlen wird. Den größten Teil der IEF-Finanzierung machen die Beiträge der Arbeitgeber aus. Dabei handelt es sich um einen prozentuellen Zuschlag zum Arbeitslosenversicherungsbeitrag, den Insolvenz-Entgelt-Sicherungsbeitrag. Geklärt muss vieles werden, wie Finanzombudsmann Gerald Tmuek verrät. Dazu gibt es im Wesentlichen ein paar unangenehme Fragen an die Hauptakteure bei dem Ganzen. Hier ist einerseits die Signal Holding mit René Penko, der sich die Frage gefallen lassen muss, wieso hat er kein Eigenkapital zugeschossen an die Handels-GmbH, obwohl in den Jahresabschlüssen davon die Rede ist, dass de facto die Finanzierung auch durch den Gesellschafter gesichert ist. Das ist die eine Frage, die zu beantworten sein wird. Die zweite Frage wird sein, was bis dato vollkommen in den Medien untergegangen ist, dadurch, dass die ELBW Niederösterreich im Jahr 2019 im Zuge der Übernahme einen Kredit vergeben hat von 123,2 Millionen Euro, der allerdings hypothekarisch besichert ist und der durch die Mieteinnahmen, der jetzt dann in die Insolvenz zu schickende Handelsgesellschaft bedient wird, nämlich aus Mieteinnahmen, warum hat die ELBW Niederösterreich nicht einer Kreditlaufzeitverlängerung beispielsweise zugestimmt? Und der dritte Punkt ist, in Richtung Kofag hier die Frage zu stellen, wie kann es sein, dass trotz Millionenhilfe, nämlich weit über 10 Millionen Euro, die Ausgestaltung der Hilfen so passiert ist, dass jetzt trotzdem die Insolvenz passiert? Signer-Miteigentümer René Benko hat laut seinem Sprecher ab der Übernahme 2018 die Sanierung von Kieker und Leiner versucht. Gelungen ist das aber nicht. Jedes Jahr brachte weitere Verluste. Der Bilanzverlust von Kieker und Leiner zusammen stieg von 34 Millionen Euro vor der Übernahme im Jahr 2017 auf 190 Millionen Euro im September 2021. 2022 wurden Kieker und Leiner rückwirkend per Bilanz 2021 zu einer Gesellschaft verschmolzen. Das war vor allem für Kieker wichtig, zeigen die Bilanzzahlen. Während Leiner 2021 noch ausreichend finanziert war mit 35 Millionen Euro Stammkapital und 102 Millionen Euro nicht gebundene Kapitalrücklagen bei einem Bilanzverlust von 84 Millionen Euro, war Kieker rein von den Finanzzahlen her bereits überschuldet. 1,45 Millionen Euro Stammkapital und 96,8 Millionen Euro nicht gebundene Kapitalrücklagen standen einem Bilanzverlust von 106 Millionen Euro gegenüber.